Oh oh, nein, war klar, danke schön Ark, danke, danke Ark, ist scheißegal, wir laufen nackt rein, scheiß drauf, oh oh, einer sucht mich, einer sucht mich, greif an, greif an, boy, töte sie, töte sie, Gott, 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 Haider, komm, alles wird gut, alles wird gut, Haider, alles wird gut, Haider, alles wird gut, Haider, alles wird gut, nice, oh 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 oh, ach du meine Güte. Ja und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Ark, ja Leute, diesmal bin ich komplett allein, aber zum Glück seid ihr bei mir, in der nächsten Folge wird auf jeden Fall Gary oder einer von meinen Brüdern mit dabei sein, also es bleibt spannend, aber diese Folge muss ich alleine durchstehen, ja okay, meine Dinos sind natürlich, also unsere Dinos sind natürlich mit dabei und ihr, also ich hoffe, ihr wünscht mir Glück, denn dieses Mal wird es einen Ticken hart, denn wie gesagt, ich bin alleine, ach ja Leute, äh, pass mal auf, ich hab hier ein bisschen an der Base, ein bisschen gearbeitet, also im Livestream und natürlich, äh, offscreen, eben gerade vor der Folge, so, wir haben jetzt hier ein Dach, ich hab gedacht, okay, baue ich jetzt mal Thatch, es sieht zwar nicht so geil aus, aber für oben, dass wir da einen Teppich haben, sieht's eigentlich ganz geil aus, äh, ich werd ihn aber noch ein bisschen ändern, denn hier kommen vielleicht noch Räume rein, I don't know, und, Leute, kurze Information, falls diese Dinger euch, äh, bei einem gewissen Abstand nicht anschauen sollte, haut sie eine rüber, dann schauen sie euch auf jeden Fall an, weil, äh, das war im Livestream auch so, ich hab sie dann ein paar rübergebraten, ne, und zack, wen haben sie angeschaut? Mich, guck, sie lieben mich, seht ihr, seht ihr? Sie heulen diesmal nicht, so, okay, äh, White Pearl ist natürlich da, um die Kotze rauszudingsen und er sammelt's ein, ne, damit er schön die Dinger verliert, so, Gary liegt natürlich da drüben, ach ja, ihr habt gefragt, wo ist Hakus Statue? Die ist noch hier, Leute, die ist noch hier, also keine Sorge, dann, hab ich hier noch was gemacht, also ihr kennt ja diese Dinger, so, die kann man ja so einstellen, und die kann man so einstellen, damit halt ein bisschen Licht mit reinkommt, äh, hier hab ich genau dasselbe gemacht, aber, ich denk mal, so sieht's eigentlich ziemlich geil aus, wenn das so leuchtet, okay, das haben wir jetzt, ähm, jetzt hier ansonsten nichts getan, okay, dann, wenn, ah ne, Haku, äh, Rin, Rin, das ist ja gar nicht mehr Haku, so, Rin kommt auf jeden Fall jetzt mit, wie gesagt, es wird leicht, es wird leicht heftig, und hier, ja, das haben wir alles im Livestream gemacht, ich bin sehr oft gestorben, die Viecher, ich sag mal, die sind nicht Buggy, aber Ark ist Buggy, wenn ich jetzt, äh, hier drauf wäre, und da ganz, 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 ganz unten wäre ein Velo, und ich steh hier, ja, die können durchschießen, ja, ja, das ist möglich, ein Ark, also, wir haben eine, einmal den Muffler hier, dann haben wir einmal, okay, gar kein Name hier, ist ein Junge, keine Ahnung, hat noch keinen Namen, dann haben wir noch einen Junge, der hat keinen Namen, dann Herkules natürlich, äh, dann Delilah haben wir hier, dann den Haider, und die Xena, und wir werden jetzt den, na, wer ist am höchsten, wer ist am höchsten, so, den Muffler, den werden wir jetzt mitnehmen, aber wir brauchen erstmal einen Sattel, okay, und dann geht's los, Leute, betet für mich, betet für mich, denn dieses Mal wird's echt heftig, so, Freunde, wir sind endlich da, da sind die Koordinaten, ähm, ich hab das zufällig auch gefunden, weil da liegt ein Schlafsack von meinen Brüdern, und ich hab jetzt zwei Betten hier reingesetzt, weil, hier geht's jetzt rein, hier können wir aber nicht mit drehen rein, hier müssen wir mit Haider rein, deswegen muss jetzt, äh, einer von denen jetzt raus, äh, ich hoffe, das ist jetzt Haider, Haider, nice, okay, Rien, ähm, okay, ich glaub, Rien könnten wir eigentlich hier stehen lassen, ne, so, bitte, äh, du kannst mich auf neutral gestellt werden, weil ich denk mal, alles wird schon gut gehen, und Haider, mit dir hab ich jetzt was vor, äh, wir müssen rein, wir müssen auf jeden Fall rein, Du kriegst, äh, oh, scheiße, oh, Haider hat Bock, Haider hat Bock, okay, pass auf, Leute, wir gehen jetzt rein, hoffentlich, hoffentlich läuft das gut, ich will Haider nicht verlieren, ich weiß zwar nicht, wie lang das jetzt hier ist, aber ich denk mal, wir sollten das schon schaffen, Haider, Haider hat faustdick hinter den Ohren, okay, bis jetzt sieht eigentlich alles friedlich aus, hm, bis jetzt, ich hoffe, es ist nicht allzu lang, okay, bis jetzt sieht's aus wie Aberration, äh, ja, äh, Cooldown remaining für, fünf Stunden? Wie, 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 fünf Stunden? Wegen was denn? Hä? Oh, Pulvoria, äh, auf die hab ich ja gar keinen Bock drauf, oh nein, ich hoffe, die können, ach, nö, 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 komm, 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 oh, oh, nein, war klar, danke schön, Ark, danke, danke, Ark, ist scheißegal, wir laufen nackt rein, scheiß drauf, scheiß drauf, wir gehen nackt rein, hei, 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 aus, 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 oh Gott, ey, Das wird nicht gut gehen, das wird nicht gut gehen, Leute. Aber scheißegal, ich zieh's durch. Ich zieh's durch. So, nur vor den Atroporos müssen wir uns in Acht nehmen. Ansonsten, der Rest ist alles... Easy. So, Kleiner, komm weg mit dir. Baryonyx gibt es hier. Okay. So. Ach, komm, bitte nicht, Mann. Ich hab mir eine zweite Rüstung mitnehmen sollen. Was ist das denn? Greif an, greif an. Bitte, 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 bitte. Du gehst jetzt nicht wirklich kacken, oder? Ähm, Kollege? Ähm, Angriff auf ihn hier? Geht doch. Geht doch. So, weg mit dir, weg mit dir. Uh, Leute, ich glaub, ähm... Äh... Das wird schief gehen. Aber ist egal, ist egal, werden wir es schon schaffen. Alles wird gut gehen. Alles wird gut gehen. So, du bist auf neue Fragen gestellt. Gut, 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 Kollege. Heieieiei. Das wird nicht gut gehen, Leute. Äh, Juti? Okay. Ich stirb, schüb, 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 schüb. Nein. No. Er hat Angst, er hat Angst. Bitte, 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 bitte. Alles wird gut gehen. Alles wird gut gehen. Nee, das schaff ich nicht. Das schaff ich alleine nicht. Äh, äh. No way. Äh, äh. 100% ich schaffe... Ach doch, schaffen wir, schaffen wir, Leute. Niemals aufgeben. Niemals aufgeben. Komm, umdrehen, umdrehen. Komm, Kleiner, umdrehen. Komm, Käsi. Raus, da, raus, 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 raus. Okay, sind sie alle tot? Nee, da lebt noch ein Kano. Ich glaube, ich brauche vorerst eine Rüstung, wa? Oh, es scheint dort, da drüben zu sein. Hallo. Nee, 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 komm, 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 komm. Mach keinen Schwestern. Oh, ich habe Angst. Das wird nicht gut gehen. Wir müssen nur auf die Polvorias auffassen. Na, na, na. Kommt mir nicht zu nah, kommt mir nicht zu nah. Äh, äh, ich habe keinen Bock auf euch. Irgendwas steht dort. Was ist das? Ach, ein Barry. Ja, moin. Tot sind sie. Da, da sind sie. Die scheiß Pullovers. Okay, das ist schon tot. Okay, okay. Wir gehen ganz langsam vor. Komm, ein bisschen Eimer abbauen. Gut. Chitin uns. Oh, hier, viel zu viel Gewicht. Weg damit. Na, 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 na. Ey, mach keine Fax. No. Das wird schief gehen. Das wird schief gehen. Das wird schief gehen. Oh Gott, ein kleiner Vogel holt mich herunter, Mann. Nö. Oh Gott, das wäre schief gegangen. Das wäre schief gegangen, wenn der jetzt einzeln auf mich zugekommen wäre, ne? Revenger? Oder was ist das? Ne, Pulvorias. Nö. Oh Gott, da kommt noch einer. Fris, Junge. Na. Ah. Nö, er lebt immer noch. Okay, der ist tot. Der ist tot. Okay. Da kommt jetzt nicht wirklich ein Kaprosuchus, oder? Da kommt nicht wirklich ein Kapro, oder? Okay, alles wird gut. Nö. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Ähm. Bro. Äh. Hilfst du mir mal? Äh. Dankeschön. Dankeschön. Äh. Nackt hier zu sein ist nicht gut. Das ist echt keine gute Idee. Äh. Äh. Da drüben ist etwas. Oh, warte mal. Das können wir einsammeln. Okay. Sei bitte ein Heiltrank oder so drinnen. Bitte. No. Was für eine Falle. W-w-w- Okay. Okay, die kommen aus der Wand raus. Alles klar. Okay. Sollten wir uns mal merken. Okay. Wir gehen raus. Okay. Was ist da drin? Hä? Wir haben eine Rüstung, Leute. Wir haben eine Rüstung. Haha. Wenigstens aber etwas. Äh. Was für ein Ding ist das? Baryonyx-Sattel. Naja. Wenigstens etwas. Äh. Ja, Kollege. Äh. Heil dich erst mal. So. Ah. Nein. Töte sie. Töte sie, Kollege. Aus, Junge. Ähm. Warum bleiben die stehen? Du darfst ruhig angreifen. Ja. Nein. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Äh. 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 Schnell weg hier. Schnell, schnell, schnell. Oh. Er ist einer hinter mir. Aber meine Staminaanzeige ist noch sehr gut. Nein. Natürlich. Oh. Kein Knochenbruch. Wir haben keinen Knochenbruch. Kollege. Töte sie doch. Töte sie doch. Du darfst angreifen. Du darfst angreifen. Dööööö. Oh, oh. Einer sucht mich. Einer sucht mich. Greifen, greifen. Boy. Töte sie. Töte sie. Gut, 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 gut. Komm her. War klar. War klar. Aber ist egal. Wir können auch mal rein. Wir haben ja ein Bett da vorne. Alles ist gut. Alles ist gut. Rien, Baby. Du kommst mit. Du kommst schön mit, Kleine. Du kommst jetzt mit. Und das können sie jetzt. Ah, das werden sie jetzt erleben, ne? Ich schwöre es euch. Die werden jetzt sterben. So, da sind wir doch wieder. Komm. Alter, wir sind hier überhaupt nicht weit gekommen. No. Nicht jetzt, nicht jetzt. Äh, da war eine, da war eine schöne hübsche Frau. No. Eine T-Rex. Ja, moin. Woher kommst du denn, Kollege? So, einfrieren, einfrieren. Komm, komm, komm. Ach Mann, ich hätte das echt nicht alleine machen sollen. Ich hätte das nicht alleine machen sollen. Okay, der Rex ist dort. Super. So, ich spoil hier aber meine Sachen wieder. So, Freunde. Los geht's. Jetzt. Jetzt kriegen sie ihre Trachtprügel. Also, Rien ist hinter uns. Wir schaffen das schon. Wir schaffen das schon. Ähm, die hole ich jetzt als erstes erstmal her. So, ihr müsst schon nach vorne stemmen, am besten. Ha. Ha, ha, ihr kommt nicht näher. Was ist das da hinten, was mich da anguckt? Wehe, da kommen jetzt schon wieder Dinos aus den Wänden raus, ne? Dann, äh, dann ist, äh, ah. Holy shit, Mann. Äh, was ist das? Ah, ein Terry von hinten. Rien? Wo bist du? Ach, hi, Rien. Na, alles gut bei dir? So, ich glaub, der Rex steckt da oben ein bisschen fest. Komm, den helfen wir doch ganz kurz mal, oder? Ja, ja. Gut, 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 gut. Wir müssen jetzt ganz langsam nach vorne. Ganz langsam. Okay, wir machen jetzt kurz hier ein bisschen Meli-Damage. Wir müssen halt Schaden machen. Auf geht's. Weiter, 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 weiter. Wir sind noch lange nicht durch. Okay, müssen wir jetzt ein Wasser runter, oder, äh? Wart, 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 wart. Oh, Rien erschreckt sich immer so. Ach, Sünde. Was, eine? Alter, nicht ein Kapo, ne? Ja, jetzt kommen da noch ein paar Allos raus. Aber es ist nicht schlimm. Die können ruhig herkommen. Weg mit dir. Weg mit dir. Gut so, gut so. Rien? Rien? Ähm. Rien? Da ist sie. Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Ich muss Rien helfen. Ich schieße auf irgendetwas drauf. Scheiße. Ähm. Warte mal. Ich muss das irgendwie schaffen. Okay, okay, okay. Den haben wir, den haben wir. Komm, komm, komm. Los. Nice, 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 nice. Er ist tot, er ist tot. So, Kado tot. Da kommt, der nächste Kano muss auch sterben. Gut, der nächste Kano ist auch weg. Wir müssen jetzt ganz kurz warten. Aber ich glaube, wir müssen Rien helfen. Wir müssen Rien helfen. Auf jeden Fall. Hundertprozentig. Uh, scheiße. Okay, das war nicht so schlau. Das war gar nicht schlau. Aber ist egal, wir halten ihn hoch. Wir halten ihn hoch. Alles ist gut. Oh Gott, das muss ich jetzt ein paar Sekunden durchstehen. Oh, oh. Das ist... Äh, das wird kritisch. Das wird sehr kritisch. Komm, 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 komm. Komm doch, komm, 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 komm. Nice. Komm. Okay, gut, 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 gut. Rien darf nicht sterben. Rien darf nicht sterben. Weg mit euch. Okay, da ist noch ein Rex. Okay, Rex ist tot. Irgendwas ist hier noch? Oh. Oh, Mann, ey. Scheiße. Was ist das denn da? Da lebt er noch. Megalo. Hi, Kleines. Gut, 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 gut. Jetzt müssen wir aber auf... Allererstes... Rien hochheilen. Ansonsten müssen wir gleich wechseln. Bäh, Junge. Nein. Alter, warum? Warum die ganze Zeit Angst? Warum? Warum, Mann? Das wird jetzt heftig. Das wird heftig. Komm, komm, komm. Du überlebst das. Du überlebst das, Kollege. Du überlebst das. Ich glaub an dich. Heider, ich glaub an dich. Heider, komm. Alles wird gut. Alles wird gut. Heider, alles wird gut. Alles wird gut, Heider. Alles wird gut. Nice. Ach du meine Güte. Och, Scheiße. Ich glaub, das werde ich doch niemals schaffen. Das ist ja nicht nur ein Dino oder so. Das sind ja hunderte... Rien, pass auf. Ich bin da. Kleines, kleines, kleines. Keine Sorge, keine Sorge. Ich bin da, ich bin da. Meine Fresse, ey. Komm, verzieht euch, Kollege. Verzieht euch, verzieht euch. Komm. Alter Schwede. Na, na, na. Na, na. Fech gehabt. So, kurz ein bisschen hochheelen. So, Freunde. Ich hab bemerkt, ich hab jetzt Level 80. Man bekommt übelst viele Level hier. Und ich habe jetzt den Muffler rausgepackt. Weil, ähm, ich weiß nicht. Das wird ansonsten ein bisschen zu kritisch. Den werde ich jetzt... Oh Gott. Ähm, Kollege. Ähm, ich hoffe, du wirst es überleben. Du wirst jetzt auf jeden Fall von Haida ein bisschen, äh, Fleisch kriegen. Alter, ich, ich, ich krieg schon Paranoia. Ich denk, da ist irgendein Dino, aber da... Oh! Angriff. Angriff. Bitte, bitte. Ey, das ist so geil, dass das Spiel so buggy ist, ne? Es ist so geil. Äh, Angriff. Angriff. Ich darf mich nicht bewegen. Leute. Angriff, bitte. Ah, arigato. Arigato. Ähm. Ah. Oh, ist das geil, Mann. Oh, es ist so geil, dass das Spiel so buggy ist, ne? Holy shit, Mann. Wo sind wir denn jetzt hier? Alter, sieht das nice aus. Okay, das sieht cool aus. Das sieht cool aus. Ich glaube, da unten ist es bestimmt schon ein Artefakt, oder? Nein, aber es sieht episch geil aus. Kinder, wir müssen da runter. Hört ihr das? Ist ein Artefakt in der Nähe? Alter, nice. Ähm, Muffler? Muffler? Oh, jetzt muss ich den Dino wieder her. Oh Gott, ey. Stopp, 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 stopp. Kinder, wir haben hier etwas. Nexploronode. Aber was für eine? Was ist das denn? Okay. Oh, Leute, hier steht was. Okay, pass auf. Wer es will, kann es durchlesen, ne? A bit shit really, so I don't like that title. Okay, also wer es durchlesen möchte, kann es durchlesen. Guck mal, er macht Kamea Meha. Ne, er löst sich auf. Oder eher gesagt, sie. I keep telling you what I can do, but I need you to understand. I'm neither. Okay, Leute. Wie gesagt, lest es euch durch. Ich glaube, das war es doch schon von dem. Ja, genau. Das hatten wir ja schon. Okay, das ist oben und das unten. Okay, 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 okay. Alter, nice, nice, nice. Das sieht geil aus. Das sieht geil aus. Also sind wir schon mal richtig. Alter, wo sind wir denn? Ist das hier eine Tech-Höhle oder was? Es sieht echt so aus, oder? Okay, da unten ist ein Rax, aber das ist nicht... Hi. Hi, Rack, T-Rex. Ein Tube bei dir da unten. Ja, ist kein schönes Leben, wa? Ich weiß, ich weiß. Kinder, Kinder, Kinder. Ihr kommt alle nacheinander dran. Okay, sie kommen langsam hoch. Terro Birds, alles will... Ach du Scheiße, alle sind unten. Oh Gott, no. No. Nicht runter, nicht runter, Kollege. Nein! Oh oh, oh oh. Dreen! Ich will rauf, ich will rauf. Die werden jetzt alle sterben. Die sind tot. Bitte, bitte überleben die das. Bitte. Bitte, 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 bitte. Ich hoffe, ich hab die auf aggressiv. Oh Gott, oh Gott. Ich hab jetzt kein Pokémon, wo ich da jetzt rein kann. Oh oh. Äh, da komm ich niemals mehr rein. Da werde ich niemals mehr reinkommen. Okay. Ha. Leute, wir haben Glück gehabt. Es scheint nicht alles tot zu sein, aber einiges ist... Oh Gott. Natürlich. Das werden wir nicht schaffen. So, Freunde. Wir sind da. Wir sind da. Okay, okay. Es ist sehr viel Zeit verstrichen, aber es leben noch alle. Okay. Ich hoffe es. Ich hoffe das wirklich noch. Okay. Cooldown fünf Stunden. Okay. Wissen wir ja Bescheid. Meine Leiche liegt noch da. Alles gut. Alles gut. Wir haben nicht so viel Zeit. Alter, es sind doch immer jede Menge Dinos hier. Okay, wir schaffen das. Aber wir behalten uns ganz oben. Ganz oben an der Decke, damit wir nicht runtergejagt werden. Und das sollte schon... Es sollte schon eigentlich klappen. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Ich sehe die Zahlen. Ich sehe die Zahlen. Äh, äh, äh. Nicht mit meinen Kindern. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Okay. Angriff. Angriff. Come on, Kinder. Come on. Come on. Leute, sie überlebt, Mann. Sie haben überlebt, Mann. Ich bin gerade so happy. Ich bin gerade so happy. Scheiße. Oh Gott. Es leckt. Es leckt. Leckt des Todes. Leckt des Todes. Ich sehe gar nichts mehr. Okay. Wir warten mal ganz kurz. Scheiße. Tausende Atropleuras. Und, 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 und. Ich glaube, einer wird noch sterben. Oder? Oh Gott. Bitte tötet alles, Kinder. Bitte tötet alles. Ich muss ganz kurz einmal runterjagen. Okay. Die haben einmal vielleicht Slow-Mo bekommen. Gut, 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 gut. Leute, ich kann nicht runtergehen. Ich kann nicht runtergehen. Das ist so ein Selbstmord, wenn ich jetzt runtergehe. Okay. Noch einmal. Zack und hoch. Ah, ja, ja. Sie leben doch alle, Mann. Oder? Ja, ja, ja. Rien? Rien? Okay, da, 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 siehs da, siehs da. Okay, zack und gedingset. Nice, 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 nice. Ähm. Kinder, ich werde euch heilen, ja? Kommt, kommt, kommt her. Kommt, 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 kommt. Ich werde euch heilen. Alles ist gut. Alles ist gut. Okay, ich brauche aber Stamina. Nice. Nice. So. Oh, meine Eule ist gedingset, aber... Okay, sie hat sich aber keine Angst. Nice. So, Leute, alle auf... Alle auf den. Los, 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 los. Oh, scheiße, jetzt hat meine Eule Angst. Oh Gott, Stamina, bitte. Bitte sei auf meiner Seite. Bitte, Stamina, bitte. Alter. Das ist so schlimm. So schlimm. Hätte ich mir das nicht vorstellen können. Also, das ist zu heftig. Okay, mal sehen, wie siehs aus. Alle auf den Jutty. Auf den Jutty drauf. Auf den Jutty. Komm mal, Kinder. Komm mal, Kinder. Ich schaff das. Ach, Mann, ey. Ich glaube, ich muss helfen. Ich muss helfen, Leute. Ich muss helfen. So, komm, 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 komm. Komm, 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 komm. So. Bevor es aber irgendwas passiert, werde ich hier jetzt neue Base machen, damit wir uns gleich hier hin porten können, okay? So, let's go. So, runter. Scheiße. Wasser, Wasser, Wasser. Wasser ist nicht gut. So, nehmen sie, nehmen sie. Alter, das kann doch nicht sein, Mann. Verreckt doch endlich. Ja. Okay, die Jutty ist tot. So, alle da drauf. Komm. Rhin. Rhin ist schon wieder weg. Wo ist sie hin? Der hinten ist ein Bronto. What the fuck? Rhin. Kam da doch eine Anzeige, dass sie tot ist? Nee, oder? Okay, warte mal. Da oben ist sie. Rhin, Baby. Komm hier runter. Komm hier runter. Okay, okay. Oh, scheiße. Atrus, Atrus. Rhin ist fast tot. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Habt ihr das gerade gesehen? Rhin muss nach Hause. Und Mokka ist auch gleich tot. Okay, okay, okay. Okay. Snow. Komm. Hi, sie alle hoch. Hi, sie alle hoch. Leute, wir müssen uns hoch rein. Wir müssen uns hoch rein. Rhin ist fast tot, oder? Sag mal her. Okay, wir sehen es gerade nicht. Rhin, wie? Oh Gott, Rhin ist fast tot. Scheiße. Okay, okay, Leute. Wir müssen... Das Viech ist immer noch... Das Viech ist immer noch hier. Zwei Stück sogar. Los, Angriff. Angriff, Leute. Tötet sie, tötet sie. Nice. Gut gemacht, Kinder. Gut gemacht, gut gemacht. Ich bin wirklich stolz auf euch. Ich bin echt stolz auf euch, dass ihr es alleine geschafft habt. So, Freunde. Rhin hat jetzt circa, ich sag mal, die Hälfte vom Leben wieder. Das geht eigentlich. Das geht eigentlich. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal weiter und gucken, was jetzt da auf uns zukommt. Denn ich denke mal, dort wird das Ende sein. Irgendwas scheint da oben drauf zu sein. Oh Gott, ich dachte, das wäre ein Giger gewesen. Aber ist alles gut. Gut, jetzt müssen sie nur noch hier oben drauf kommen. Schaffen sie es bitte, Kinder. Na, natürlich. Äh, Kinder, Kinder, Kinder. Äh, ja, ja. Gut, 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 gut. No. Äh, das sieht nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus für mich. Mach mich nackig. Äh, Heider, Heider, Heider. Zack. Was ist hier? Was ist hier? Okay, ich glaube, ich steige doch nicht auf die Eule. Äh, ich glaube, ich werde so bleiben. Ich werde nackt bleiben und, äh, werde auf, äh, Heider bleiben. Komm, 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 komm. Da stoppen wir doch. Zack, Junge. Da muss ich erstmal kommen, bis alle sterben, wa? Komm, komm, komm. Zack. Weg mit euch. Komm, Terry, weg. Ist hier noch irgendwas? Da unten, da unten ist noch was. So, weg mit euch. Push, 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 push. Ich sehe gar nichts, ne? Ich sehe nothing. Natürlich. Oh, scheiße. Neutral, neutral, neutral. Heider. Komm her, Baby, komm her. Komm her, Baby. Oh, bitte, 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 bitte. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Okay, Leute. Äh, ich muss sofort wegtelepodieren. Noch mal zurück. Weil ansonsten, äh, äh, klappt das nicht. So, zack. Und neue Base wieder. Nice, das heißt, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. So, greift ein Beauty bitte an. Ja, ich muss auf einen. Heider, heider, heider. Komm her, Baby, komm her. Ich rette euch, ich rette euch, Kinder. Nice. Das, das könnten wir schaffen, Leute. Das könnten wir schaffen. Das könnten wir schaffen. Easy. Easy. Alter. Lass doch mal die Kinder in Ruhe. Alle, alle sterben. Alle wollen sterben hier. Alter, ey. What the hell? So was Schwieriges habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. So was Schwieriges. Noch nie. Okay, ich habe gerade gedacht, rote Anzeige. Alter, wie viele Leichen, Mann. So, kommt mit mir mit. Kommt mit mir mit. So, Kanus. Weg mit euch. Gut. So, wir müssen jetzt alles einzeln machen. Wir müssen jetzt alles einzeln, bis wir da drüben sind. So, Baryonyx. Kusch dich. Gut so, gut so. Hier sind noch mehrere Baryonyx. Zack. Weg mit euch. So, okay. Da vorne ist nur ein Kanu. Den schieße ich kurz ab. Nice. Ertrink. Okay, Leute. Wir haben es gleich geschafft. Da oben scheint das Ziel zu sein. Okay, ähm. Kinder, ähm. Ihr geht schon mal rein. Du musst kurz rüber gehen, okay? Okay, Snow geht schon hin. Ai, ai, ai. Ähm. Ja, ich würde sagen, äh, Rückzug, Rückzug. Problem ist, wir können hier keine Attacke machen. No. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ähm. Heider, heider. Ich muss auf irgendein Dino drauf. Ja, natürlich kann ich da nicht drauf. Ähm. Ähm. Auf jeden Fall neutral, neutral. Bitte, bitte greift deine Kinder. Ach, Mann, ey. Ich krieg die Krise. So, Freunde, die werden jetzt auch mitkommen. So. Okay, okay, okay. Alle drei kommen mit. Ihr werdet auf neutral gestellt. So. Jetzt geht's los. So. Kinder, mitkommen, mitkommen. No. Snow ist tot. No. Hat jemand einen Sattel von euch? Äh. Baby, 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 baby. Okay, kommt mit, kommt mit, kommt mit, kommt mit, Kinder. Kommt mit. Scheiße, die werden sterben, die werden sterben. Äh, Ark, ich liebe dich. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Kommt, Kinder. Komm, 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 komm. Die werden sterben, Mann. Okay, die zwei Velos kommen wenigstens mit. Okay, 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 okay. Die müssen jetzt hier hochkommen. Die müssen jetzt unbedingt hier hochkommen. No, Muffler ist tot. Ah, 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 ah. Neutral, neutral, neutral. Kinder, herkommen, herkommen. No, Juti. Haut den Juti tot. Ich hau den Juti tot. Haut den Juti tot. Haut den Juti tot. Haut den Juti tot. Gut gemacht, gut gemacht. So, kommt Herr Kinder, kommt Herr. Heidas ist da drüben. Heidas ist da drüben. Er braucht unsere Hilfe. Heida, herkommen. Öh, scheiße. Okay, neue Base, neue Base. Nice, 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 nice. Okay, einer ist rausgekommen. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. So, Leute, die müssen Heider helfen. Die müssen Heider dort helfen. Hier, Angriff, Angriff. Angriff, Angriff. Okay, okay Das wär nicht so schlau, das wär nicht so schlau Aber die leben noch, die leben noch Okay, Snow ist tot, aber ist nicht so schlimm So, zack Okay, da hinten kämpfen sie noch Die kämpfen noch, da hinten Ich versteh nicht, ich seh kaum grüne Zahlen, Mann So, äh, neue Welt Okay, Velo ist tot, Velo ist tot Das ist nicht schlimm, Hauptsache Haider trifft nicht Oh, oh, no, Mann Haider, Haider, Haider Hei, 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 hei Ja, das ist ein Tech-Rex Ja, das ist ein Tech-Rex, okay Er schießt sie, er schießt sie Bitte, Kinder, bitte, 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 bitte Der scheint hoch zu sein, der scheint sehr hoch zu sein Haider, Haider Ich erkenne dich, ich erkenne dich Baby, mein Engel, ne Ähm, wo ist Turin? Okay, warte, stopp, stopp, stopp So, jetzt muss ich kurz gucken Ich glaub, die sind bestimmt alle überladen, oder? Okay, hier, Herkules ist fast überladen Ach, du Kacke, Leute Okay, wir haben's bis jetzt noch geschafft Wir haben's bis jetzt noch geschafft Okay, kommt mit, Kinder, kommt mit Kommt mit, kommt mit, kommt mit Guck mal, Rhin ist da oben Versteckt sich, ey So, weg mit dir Wir müssen hier ganz kurz aufräumen, Leute Wir müssen ganz kurz aufräumen So, hier drüben müssen wir auch noch kurz aufräumen War das noch ein Teri? Wir müssen halt drüber zu, äh Oh, oh Was war das denn? Ich glaub, das war ein kleiner Vogel, wa? Ah, ich glaub schon, ich glaub schon Zack, weg mit dir Okay, nice, 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 nice Das sieht schon mal gut aus Okay, da drüben ist wieder ein kleiner Vogel Wir müssen den Bari kurz töten Okay, der ist tot So, wir müssen jetzt irgendwie rüber zu, äh Rhin Wir müssen irgendwie da rüber Okay, so, wir gehen rein ins Wasser So, schnell hier durch Schnell hier durch Weil da, seh ich schon, da seh ich schon Da kommt irgendwas an Und was ist das? Irgendwas reines Mikroraptor wieder Okay Äh, Hairin So, du kommst weg hier Gut So, Kollege, du da oben kriegst es jetzt auf jeden Fall Ähm, jetzt müssen wir aber ganz kurz Stamina herholen Angriff Na, na So Oh, scheiße, oh, scheiße Okay, ich geh vor, ich geh vor Zack, erste tot Zweite, komm Komm, 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 komm Yes Okay, jetzt fehlt nur noch Caprosuchus Caprosuchus ist tot Nice Nee, da drüben kommt noch irgendwas angelaufen Na, na, na Ihr wollt doch Rhin mal in Ruhe lassen, oder? Nice Kinder, auf ihn, auf ihn, auf ihn Gut, habt ihr das gemacht Gut, habt ihr das gemacht Ah, da drüben kommen noch welche, ein paar Dinger Nice, nice, nice Nice Okay, gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir Nice Ach, jetzt kommst du auf einmal hier, Herkules, hä? Jetzt kommt er auf einmal So, alle herkommen Hier ist Treffpunkt, komm Ich muss kurz Inventare und so von denen lernen So, ansonsten sind sie übelst lahmarschig So, Freunde, jetzt gehen wir hoch Okay, jetzt bin ich aber mal gespannt Was jetzt passieren wird Warte mal, bevor jetzt irgendwas passiert Zack So, Hi, da ist der Anführer Hi, da würde es aber, denke ich mal, machen Ich denke auch, da oben ist Ist da jetzt gar nichts? Habe ich den Weg jetzt wirklich umsonst gemacht? Ha, ha Nee, oder? Nee, oder? Nee, da ist etwas Hi, Dilo So, ihr kleinen Scheiß Misticher Kommt mal her, ja Bam, Junge Okay, nice Wir haben sich beide schlafen gelegt So, Freunde, bleib mal da Was ist das jetzt hier? Hida, du bleibst bei mir, okay? Okay, Leute Forest Titan Terminal Ähm Ich habe gedacht, hier kriegt man ein Artefakt Artefakt of Growth Wir brauchen jetzt ein Artefakt Artefakt of Growth So, Leute, pass auf Also, äh Mit dem Ding hier, ne? So Uns fehlt ja noch ein Artefakt Ha Komm Warte mal Wie viele korrupte Herzen brauchen wir? 100 100 Sollte gemacht werden Äh, pass auf Das Artefakt befindet sich genau Hier gegenüber Da So, pass auf Fliegen kurz mit Rien hin Komm Okay Hier befindet es sich So, ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht Nee, sollte ich nicht Sollte ich nicht Na, komm, 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 komm So Ach, Mann, ist das kacke Rien, komm, ist gut Ist gut So Also Da drüben ist das Ding Ha, hi, Bronto Und hier Hier ist unser Artefakt Den brauchen wir Alter Alter Okay, Leute Das sieht schon recht geil aus, oder? Davon muss ich kurz ein Foto machen Wir werden das jetzt eröffnen Äh, mal gucken, ob es wirklich drin ist Es ist drin Es ist drin Ich fick die Krise Okay, Leute Ähm Passt auf Dann werde ich auf jeden Fall In der nächsten Folge Ich, ich Da muss Gary mit dabei sein Weil sie muss mir helfen Also Wir müssen ja diesen Äh, Titan besiegen dann Sozusagen Man kann ja sozusagen 110 Das Artefakt haben wir jetzt Äh, was? Only one of these Äh, ihr müsst mal auf jeden Fall sagen Wie viele Stunden Oder wie viele Tage Sind die jetzt wirklich, äh Auf unsere Welt Wenn wir die gezähmt haben Oder, äh Gibt es dafür Bestimmte Sachen Die man in der Game Ihm nie eintragen kann Damit die länger da bleiben Schreibt es auf jeden Fall In meine Kommentare Aber in der nächsten Folge Der Forest Titan Ist dran Na, Leute Auf jeden Fall War es das erstmal wieder Von der richtig geilen Folge Von Ark Ein Velo ist bis jetzt gestorben Also es ist ziemlich krass Und das alleine Also heftig Ich dachte, wie gesagt Ich schaffe es nicht Aber Ah, hallo Äh, ich hab gedacht Ich schaffe es nicht Aber wir haben es ja noch geschafft Wir haben es ja noch geschafft, Leute Na, Leute Falls euch die Folge gefallen hat Und wie ich es natürlich Alleine geschafft hab Dann lasst mir auf jeden Fall Kommi Und like da Also Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal